Du hast ja ein Body. Danke schön. Hammer. Hast du Fitness oder sowas? Nee, also ich spiel Fußball. Was? Fußball? Ich spiel Fußball, ja. Und ich turne auch. Ich meine wegen dem Bauch, der ist ja Wahnsinn. Ja, richtig gut. Hast du einen guten Bauch. Wie heißt du? Also ich bin Zeynabu und ich bin gerade 18 geworden. Was singst du für uns? Lost Without You von Freya Ridings. Okay. Ja, mach mal. Genau. Sieht auch so geil aus mit den Ketten. Das ist Hammer. Standing on a platform, watching you go. It's like no other pain I've ever known. To love someone so much, to have no control. You said I wanna see the world, and I said go. But I think I'm lost without you. I just feel crushed without you. Cause I've been strong for so long. I never thought how much I need you. Okay. Deine... Du strahlst deine unheimliche Ruhe aus. Ja, du... So, als wenn du überhaupt nicht nervös bist, überhaupt nicht Lampenfieber hast. Und auch genauso singst du mit einer Ruhe. Und ich fand das irgendwie total süß. Deshalb war es von mir natürlich ein Ja. Ich finde das sehr schön, was du da gemacht hast. Dankeschön. Dankeschön. Also ich finde auch deine Stimme super angenehm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du solche Sachen wie Summer Walker, Scissor sehr angenehm singen würdest. Das würde ich auch sehr gerne hören und ich will mehr von dir hören. Deswegen bist du für mich auch weiter. Dankeschön. Ich war auch komplett in deinen Bann gezogen. Es hat irgendwie, wie Dieter schon sagt, so eine beruhigende Ausstattung. Man saß da so und war so... Das ist so schön. Und ich hätte gern mehr gehört. Nicht, weil du mich nicht überzeugt hast, oder weil es so schön war. Deswegen hast du für mich natürlich auch ein Ja. Ja, viermal Ja, wunderbar. Dankeschön. Danke, bis bald. Bis bald. Tschüss. Dieters Bauchgefühl trügt ihm. Tschüss. 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 Please. Tschüss. Es gibt auch ein Ja. Ja.